Hallo, ich bin die Anna Braun und ich bin in der Business Unit Ségilex Space von Vinci Energy tätig als Systemingenieur und Chargé de Compagne. Ich arbeite jetzt seit zweieinhalb Jahren für Ségilex Space in Französisch-Guyana an dem Weltraumbahnhof. Das ist in Südamerika zwischen Brasilien und Surinam, ganz nah am Äquator und das ist direkt mein erster Beruf. Also ich habe direkt von der Uni dort angefangen nach meinem Luft- und Raumfahrtstudium und zunächst habe ich sehr praxisnahe Arbeiten gemacht. Ich habe sehr nah mit den Technikern zusammengearbeitet, um wirklich unsere Prozesse gut kennenzulernen und zu verstehen und oft auch im Binom mit einem anderen Operations Manager. Und petit à petit, also langsam bin ich dann selbstständiger geworden und bin jetzt auch selber für meine eigenen Prozesse zuständig und übernehme jetzt auch langsam mit ein paar Managementaufgaben, wo ich dann auch in die Organisation von unserer Abteilung mitarbeiten darf. Besonders viel Spaß macht mir in der Arbeit die Mischung aus Theorie und Praxis. Zum einen kann ich mir die Zeit nehmen, um am Büro mich mit einer Aufgabe tief zu beschäftigen. Zum anderen kann ich aber auch vor Ort an die Startrampe gehen und mich mit den Prozessen auseinandersetzen, um sie richtig zu verstehen. Dann ist auch, dass ich es mit sehr vielen verschiedenen Leuten zu tun habe. Zum einen mit den Technikern, die eine sehr praktische Arbeit haben und Informationen für den Arbeitsalltag brauchen. Zum anderen habe ich auch mit dem Kunden zu tun, der mir einen Gesamtüberblick hat über die ganzen Systeme der Raketenrampe und die halt wissen wollen, dass an einem bestimmten Tag die Startrampe fertig ist für den Raketenstart. Die Raketenstarts verfolge ich dann vom Kontrollraum aus und anschließend kommt die Phase, wo wir unsere Prozesse überprüfen, ob sie gut funktioniert haben. Wir werten die Messdaten aus und können dann sogar auf die Startrampe gehen, und wirklich vor Ort gucken, in welchem Zustand sie sich befinden. Für mich zeichnet sich Vinci Energie besonders durch zwei Aspekte besonders aus. Zum einen die Sicherheit. Man merkt, dass Sicherheit groß geschrieben wird und sehr wichtig ist. Zum anderen auch die Vinci Akademie, dass man die Möglichkeit erhält, an Fortbildungskursen teilzunehmen. Für mich ist der optimale Kollege jemand, der sehr viel Motivation mitbringt und der sehr viel Spaß an der Arbeit hat. Auch jemand, der sehr viel Selbstinitiative hat und selbstständig arbeiten kann. Aber andererseits muss es auch jemand sein, der Informationen mit seinen Kollegen teilt, dass nicht jeder für sich in der Arbeit in seiner kleinen Ecke sitzt und arbeitet, sondern dass man auch als Team zusammenarbeitet und weiß, womit sich der andere beschäftigt. Vinci Energie bedeutet für mich Flexibilität, Abwechslung, Vielfalt und auch internationales Netzwerk. Vinci Energie in zehn Jahren lässt mir noch viele Möglichkeiten offen. Ich kann auch in sehr viele Bereiche Einblicke halten und das sowohl national als auch international.